Hallo liebe Stillhalter, die Aktienmärkte haben seit einigen Wochen den Rückwärtsgang eingelegt. Gleichzeitig ist die Volatilität hier stark angestiegen. Die Märkte sind ja von dem Allzeithoch ungefähr hier bis zu ihrem Tief um 35% eingebrochen in gerade einmal 23 Handelstagen und der Wichs ist dabei auf ein Niveau von über 80 gestiegen und das war das zweithöchste Niveau, das es jemals gab. Das höchste, das hatten wir in der Finanzkrise. Jetzt ist dieser Einbruch, natürlich wird er 1 zu 1 auf das Coronavirus zurückgeführt, aber bereits seit einigen Monaten ist im Markt ja schon etwas im Buschel. Wir hatten darüber auch mal das ein oder andere Video gedreht, dass man zumindest etwas vorsichtig sein soll und dass man, nachdem der Markt natürlich auch um 30% in einem Jahr mal eben nach oben gelaufen ist, ohne größere Rücksetzer. Sie seht das ja hier, der Markt ist ja bis zu dem Hoch hier um 36% hochgelaufen. Auch im Jahr 2020 gab es ja zunächst nur eine Richtung nach oben und dass man da grundsätzlich etwas vorsichtig und vor allem auch demütig sein soll, das ist das eine Thema. Aber es gab auch im großen Gesamtbild einen deutlichen Hinweis darauf, dass es irgendwann mal eine größere Korrektur geben wird. Und darauf möchten wir jetzt in diesem Video noch einmal eingehen. Und zwar geht es um das Thema invertierte Zinsstrukturkurve. Und da muss man auch sagen, ich hatte es ja gerade angesprochen, diese gewisse Demut, die man auch einfach den Märkten gegenüber mitbringen muss, die hat man jetzt gerade auch so zum Jahresende, wenn man ein bisschen auf Twitter das Ganze verfolgt, nicht wirklich gesehen. Da waren dann Zahlen, wo Leute sich, naja, letztendlich damit angegeben haben, dass trotz aller Unkenrufe und Zinsstrukturkurve sie ja in diesem Jahr super Performance gemacht haben und dass diesmal ja alles anders ist und so weiter und so fort. Tja, und wie gesagt, diese Demut sollte man haben und diese großen Zusammenhänge, die man ja auch hier in der Vergangenheit immer wieder beobachten kann, die wie gesagt kein gutes Timing-Tool sind, aber sich letztendlich durchsetzen. Das kann jetzt auch hier wieder der Fall sein. Und zwar, was sehen wir hier? Wir sehen jetzt hier von der Federal Reserve Bank of St. Louis diesen wunderschönen Chart. Und was sehen wir letztendlich hier? Hier werden die dreimonatlichen Zinsen mit den zehnmonatlichen Zinsen verglichen. Und normalerweise ist es ja so, dass wir auch in der Zinskurve, genauso wie in der Volatilität, genauso wie eigentlich in allen Rohstoffen, in einer normalen Situation, eine Contango-Situation haben. Das heißt, dass die jeweils aufeinanderfolgenden Kontrakte teurer sind. Bei den Zinsen ist es ganz klar, wenn wir die Situation haben, dass die kurzlaufenden Zinsen günstiger sind als die langlaufenden Zinsen, dann ist das irgendwie greifbar. Wenn ich jemand Geld leihe und ich weiß, wir haben ausgemacht, ich bekomme das Ganze in drei Monaten zurück, dann wird das Risiko, dass sich in dieser Zeit bei meinem Geldleiher sich massiv was ändert, relativ gering sein. Auf zehn Jahre hinweg wird das Risiko schon höher sein und deswegen bekomme ich auch dafür in der Regel einen höheren Zins, denn ich habe ja dieses Risiko, dass ich nicht weiß, was in dieser Zeit passiert. Wenn das jetzt aber umgekehrt ist, dann war das, also das heißt, dass die langfristigen Zinsen günstiger sind als die kurzfristigen Zinsen. Das heißt, wir haben so eine Art Backwardation in der Zinskurve. Dann war das in der Vergangenheit immer ein Vorläufer einer kommenden Rezession. Und wir sehen das hier, also hier ist quasi die Nulllinie, das heißt, immer wenn das darunter liegt, dann waren die zehnjährigen Zinsen günstiger als die dreijährigen und es hat dann auch immer eine Weile gedauert. Also ihr seht es hier, das war hier 1989 und erst 1990 ging die Rezession los. 2000 war das ähnlich, es hat ein bisschen gedauert und dann ging das los. Auch in der Finanzkrise, auch hier ging es ja noch eine Weile mit den Märkten ein Stückchen weiter bergauf und dann kam hier die Finanzkrise. Und auch jetzt haben wir hier ja die Situation gehabt, dass im Sommer 2019 hier der Betrag darunter lag. Das heißt, dass die zehnjährigen günstiger waren als die kurzlaufenden. Und ja, ob das jetzt eine Rezession wird, das wissen wir alle noch nicht. Aber es hat sich mal wieder bewahrheitet, dass diese langfristigen Indikatoren, Indikatoren klingt immer so nach zwei gleitende Durchschnitte schneiden sich irgendwo, aber hier stecken ja wirklich fundamentale Daten dahinter, dass diese sich durchsetzen. Und dass es gerade in diesen Zeiten wichtig ist, eine gewisse Demut dem Markt gegenüber zu bringen und auch nicht zu glauben, nur weil er jetzt 2019 30% gemacht hat, dass er das auch 2020, 2021, 2022 automatisch machen wird. Das kann er natürlich theoretisch machen. Der Markt kann grundsätzlich sowieso machen, was er will. Dem ist es ziemlich egal, was wir da möchten. Aber zumindest hat es sich hier mal wieder bewahrheitet, dass es diesmal vielleicht trotz allem billigen Geldes doch nicht anders sein muss. Wie es weitergeht, wir wissen es alle nicht, aber es hilft uns eh nur eins und zwar die Themen, die wir tatsächlich kontrollieren können. Und das ist das Risiko und deswegen gilt es wie immer, auf das Geld aufzupassen. Bis bald und bis zum nächsten Mal.